schön dass ihr dabei seid und ich würde sagen wir starten dann auch direkt mal was machen wir dann heute eigentlich hat habe ich vor dieses gebiet noch komplett zu befreien dafür müssen wir hier die stadt new born auslöschen und ja ich würde sagen wir starten gar nicht lange rumfackeln wir stehen auch direkt davor gleich nicht mal näher ran man muss nur erstmal die lage checken hier wie schaut es denn überhaupt aus aber ich rufe schon mal mein pferd hierher jetzt bin ich nachher vielleicht so weit weg und da trufen wir schon mal nach hier lange überhaupt feinde aufspüren gehen mal hier an den zaun gucken ob wir hier irgendjemand aufdecken können also es aussieht da ganz hinten im tor sondern seite da steht glaube ich ein aber der ist zu weit weg um den aufzudecken dass man sich mal langsam vorarbeiten also hier scheint nirgendwo einer zu sein da sind zwei und die scheinen alle dahinten zu sein war uns ja plündern du meinstig aber später müssen wir erst mal gucken dass wir hier die feinde aufdecken so haben wir hier auch noch mal feinde aufspüren hier scheint auch keiner zu sein das sieht ja alles ziemlich gut aus nur mal weiter nach hier hinten genau feinde aufdecken also hier müssten ja jetzt eigentlich zwei seien wir gesehen haben ja da ist einer da ist der zweite sagen kümmern wir uns morgen die sind sonst keiner hier wird letztes mal wie wir hier waren da waren aber mehrere in der letzten folge gut so nehmen wir unseren schicken den schlafen durch gewand aber es funktioniert so wo war denn der post der ist da drin das heißt es stört uns jetzt gar nicht es nehmen man schüchtern man ein so sind wirklich nur noch der boss hier wo ist er denn ist er in der hütte oder leichte er sich hier irgendwo da schlägt er rum nehmen wir doch auch den stein ich höre sicher war er läuft aus breit jetzt dreht das ich um das war blöd weil ich den stein geschmissen hat er läuft aber weiter gut bleibt schön stehen hast du uns was schönes zu erzählen benjamin geteilt ach so gut thomas sullivan ist heißt sie will geschlagen war okay hier muss noch einer sein noch nicht befreit wirklich oder kann man solche städten hauptstädte nicht vernichten doch da hinten ist so eine kommt frank ist okay muss hier noch einer sein mutig mal abbrechen abbrechen wir wollen erst plündern da hinten ist er da haben wir aber jetzt auch wieder mehr glück als verstand gehabt oder gucken wo er hinläuft ein krieger wurde aus dem gefängnis und lassen schloss sich wechseln neu an ok muss ich mich hier an schloss reichen er kommt ja klappt in einen doch den habe ich doch eingeschüchtert oder ja das hätte ich vergessen wertsachen sind gut dann dauert keiner mehr im lager zu sein dann hoffe ich mal schon wieder ein nur ganz kurz antippen zum plündern und jetzt einschüchtert mann und zwei neue krieger in mechse neu läuft es läuft es läuft so dann nehmen wir mal auf plündern alles nehmen so wir gucken mal eben noch draußen war hier noch was hier ist nichts so alles leer hier wird wahrscheinlich viel zu plündern geben da kann man nicht rein mal eben hier noch mal gucken ja da ist auch noch was drin alles nehmen wir haben ja glück dass das lagerfeuer hier direkt nebenan ist so und haben wir denn hier wieder complete the construction of the way world section and the government does not sit still 18 juni train arrives region welche region denn da weiner leck und ok vom weiner leck und kommen die ja ja mein englisch ist nicht so perfekt es reicht aber um das zu verstehen einigermaßen ok weil die sind alle so weit weg die worte oder ich habe das noch nicht so richtig gerafft mit den zügen war doch da musst du das sein ja gut das ist aber schon ganz schön weit im feindgebiet oh ja hier auch wieder doch da war letzt mal sechs hatten wir da noch jetzt sind sogar nur noch fünf prozent weil ich die stadt verbrennen könnte es sein dass es noch mal mehr wird probieren wir gleich aus überladen ist hier noch was drin so schon mal gucken ja kommt hier die können wir ablegen immer noch überladen jetzt nichts über unseren grau her rufen so mal gucken auf karte nicht hat hier noch irgendwo einer angerannt kommt er die stadt wieder einnimmt während wir hier um plündern das wäre natürlich nicht so schön da sind die schwerer sind das sechs gesundheit innerhalb von einer sekunde ressourcen habe ich weiß aber nicht ob wir die noch vielleicht kräften brauchen halten erst mal hier mal weiter da ist auch noch was drin auch und wir sind schon wieder überladen so haben wir was zum wegschmeißen ja jetzt müssen wir aber ablegen ablegen so und das vielleicht manchmal auch mal weg die schaufel haben wir eigentlich auch genug von ja nützt nix ich würde sagen wir müssen ein paar von den sind das habe ich glaube suppen abgeben alt so die fliegen heute mal ab 20 ja ja hast du dann gehen wir zum land fährt und dann erstmal jetzt im lagerfeuer muss solche vorne sein das sind brauchen wir auch noch alles nehmen und ins hauptlager erst mal und dann nochmal zurück hier da muss was sein haben die munition ist natürlich nicht die welt gewesen jetzt aber ich denke mir wir werden hier noch günstig finden hier eine kutsche ist auch nix drin ist auch leer hier in die hütte da wieder so viele suppen und noch mehr suppen ja ich glaube die nehmen wir aber jetzt nicht alle mit ich schau mal ist überhaupt aussieht wie gibt es man da sind schon wieder welche hauptseite da einer halt stopp wir sind ja hier unten ist das denn newborn statt das ist aber nur eine patrouille ok naja ich glaube wir müssen wir zusehen komme ich hier nicht raus gab es hier nicht noch eine tür da suchen wir die hier sonst haben wir sind draußen und hätte ich gesagt haben wir ein problem aber das hat doch noch geklappt ist da noch was drin nein da ist aber noch was das nehmen wir auch mit er ist leer als auch nix mehr ja noch was drin alles nehmen jetzt müssten wir überladen seine ich bin immer noch überladen er kommt von den großen da schmeißt man noch mal welche weg er kann man so so dann zu pferd nicht aufsteigen und das satteltasche ich das folgen können wir noch einschmeißen so dann schauen wir uns hinten die letzten hütten nochmal an hier noch was in der kutsche nein da ist noch was drin egal ist leer das nehmen auch mit und ich glaube und ja dann war schon wieder wieder überladen ablegen war nicht viel wird haben und ja hier unsere dosen unsere dosen da müssen wir jetzt nochmal 20 habe ich jetzt alle weggeschmissen ja wollte ich doch gar nicht egal da wäre bestimmt noch mehr von finden hier noch was in den fässern da sagt schon wieder dosen haben wir echt viel von hier in der stadt da ist wieder ein blueprint das nimmt man aber hier für blueprint 5 manufaktur royal 1801 haben wir die nicht schon mal bekommen oder part 5 so auch alles mit und ich bin schon wieder überladen mit sicherheit hier wieder die dosen bestimmt schon wieder hier nachher kommt ablegen der wahnsinn und über oben nochmal gucken der ist leer hier ist nichts kommen wir hier raus weiß noch was so was sagt die und sind ja genialer genialer da muss die eisenbahn sein das war glaube ich hier unten ja wenn dann reite ich da mal offline hin und dann gucken wir uns das mal an ob wir hier die eisenbahn finden was machen dann glaube ich etwas später weil wenn wir hier fertig sind will ich auch eigentlich erstmal gucken dass ich hier noch so ein bisschen die gebiete ausbau für uns hier so ein bisschen festigen erst mal jetzt zu ende plündern ich glaube nicht da haben wir noch was ich glaube nicht da haben wir noch was es dürfte es jetzt aber gewesen sein halt stoppt da draußen gucken wir noch mal hier noch was ist was leer gut ist auch leer da ist ein bisschen was drin und wir sind wieder überladen und die erst mal weg da ist noch was drin jetzt müsste es aber langsam gewesen sein ja mal gucken ob wir das ob wir die siedlung hier abfackeln können ja 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 das ja das ja ja also das gebiet ist befreit und wir sind auf 6,9 ein bisschen gestiegen glaube ich und hier ist jetzt komplett 0 und kein einfluss mehr tatsächlich weil wir die stadt platt gemacht haben ja ich würde sagen dann ja ja wie gesagt dann bauen wir jetzt hier erst mal unsere lager weiter aus oder befestigen unseren standort hier weil und auch wie viel ab werden hier unseren ganzen indianern hier haben wir glaube ich schon viel zu viele ich rufe immer zurück und dann werden wir die hier auch mal ein bisschen verteilen glaube ich so das machen wir indem ich hier drauf gehe ich mache mal darauf rauchsignal an unterbrechen die ihre arbeit und kommen alle direkt ins lager zurück dann kann ich mir auch sehen wie viel jetzt wirklich da drin sind denken wir eigentlich erst mal den auftrag können wir abbrechen brauchen wir nicht mehr ja da kann drin bleiben und wir das lager hier eigentlich abgelehnt muss brauchen wir brauchen noch bohrtas dafür brauchen warum bohrtas kehr wo kriegen wir den müsste eigentlich von dem wildschwein kommen aber wir können die nicht speziell auf die jagd schicken für bohrtas also wildschwein zähne oder was klauen oder was das sein soll bohrtas ne also zähne kann man nicht oder muss ich da noch was spricht muss ich hier noch irgendwie was lernen ja ich muss ja lernen klar 17 krieger haben wir hier drin das heißt jetzt machen wir jetzt mal eben wir schicken sieben nach hier da ist man wie nur noch einer so das heißt zum besiedeln senden nein wir sind hier in anderes lager senden und zwar wollen wir schicken sieben stück gruppe ausrüsten wenden so dann läuft man schön hier rüber jetzt sind laufen jetzt rüber oder was machen die guck mal hier der hat sich schon wieder 1,8 prozent geholt der weiße mann ach so auch signal aus sonst laufen die glaube ich auch gar nicht los hinterher zweche rüber oder nicht ja jetzt kann natürlich klage auswärtig blöd mann abbrechen noch mal ich bin so truf so kommt noch mal alle zurück die sollen nach lektoren dann kommt bitte noch mal alle zurück ja 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 so ist das so die flammer 2 ist natürlich zu wenig abbrechen aufträge auf den können wir auch davon haben wir zehn stück abbrechen erst mal so kommt mal alle schnell zurück ich war mal 97 kommt jetzt können wir schon mal sieben stück so gruppe aus ausrüsten abbrechen hat immer noch mal so senden an da sollte dahin gruppe aus so sieben stück gruppe ausrüsten ja senden so jetzt gehen auch sieben krieger hier rüber dann kann was leuchtfeuer hier auch wieder ausmachen da das ist das lager auch mit acht besetzt man es braucht signal noch mal an ich wie viel haben wir denn jetzt hier im lager ist neuer dann ich glaube ich immer noch zu viel drin ja wir können aber mit denen die hier noch zu viel drin sind werden wir dann hier noch mal irgendwo ein neues lager aufschlagen ich würde sagen nach hier dann sehen wir auch hier hinten mehr ja will ich besiedeln wir schicken da drei rüber gruppe auswählen senden denn jetzt drei rüber die sind hier angekommen die könnten wir eigentlich auch mal auf entdeckungsweise schicken jetzt patrouille senden werden ach so ja okay das bereiten dann abbrechen ein krieger aus den ländern hat sich lektotan angeschlossen ja jetzt jetzt wo ich da krieger hingeschickt habe wir schicken dann noch mal ein von hier er soll dann auch ein pferd nehmen ja und dann abbrechen wie ist das jetzt wo ich denn hinschicken wollte hier kaves zahn nein kein wochen signal hier so also er soll ein pferd nehmen einer gruppe ausrüsten und dann nicht genug pferde haben wir hier gar keine pferde ok dann ohne pferd dann schicken wir den mal hierhin mal gucken ob er da ankommt ohne pferd so alleine durch die peri so da sind jetzt nur noch sieben drin da ist neues lager wenn wir auch direkt abwägen mal schauen hohstoffe müssten wir eigentlich haben ob brauchen wir wieso kann ich die jetzt nicht ach so ich bin nicht an dem lager feuer das müsste da gewesen sein so dann nehmen wir jetzt hier noch schnell die 12 hoch oder auch nicht kann kann ich die jetzt nicht nehmen noch mal so wo brauchen wir jetzt ins inventar legen alle dann war das noch mal ich glaube holz war das zehn stück und wild schwein da nehmen wir den alt da schmeißen wir dann muss ich das erst wieder schließen so dann immer das und packten die sachen da rein dann ist es finde da hinein legen ob und wird wissen jetzt wirst du doch abgelenzen sondern können schon mal abgelenzen und ja ich würde sagen dann schmeißen jetzt noch die sachen hier ins haupt lager so rum wussten wir es ja machen ne ich habe mich gerade schon gewundert wie so viel ich so viele waffen im inventar hatte jetzt muss ich glaube ich auch noch leer machen auch hier rein ja leute das war es auch schon wieder mit dieser folge danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao schau ego 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 Untertitelung des ZDF, 2020